Hatha Asana, die Stellung der Hartnäckigkeit. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Und vom Fersensitz ausgehen, setze dich rechts neben beide Fersen. Dann gib die Hände auf die Knie und atme gleichmäßig ein und aus. Diese Stellung gehört zu den Stellungen der Matsyendrasana-Reihe, des Matsyendrasana-Zyklus. Du könntest dich auch noch weiter dehnen, indem du mit beiden Händen über den linken Oberschenkel fasst und dich dann nach links drehst. Dies ist auch eine Variation von Hatha Asana, die Stellung der Hartnäckigkeit. Hatha ist ein Marathi-Wort. Marathi, eine Sprache mittels Indien. Und Hatha heißt Hartnäckigkeit. Indem du diese Stellung regelmäßig übst, bekommst du eine gewisse innere Festigkeit und Stärke. Hatha Asana gehört eben zur Matsyendrasana-Reihe. Und Matsyendra ist ja auch einer der großen Yogis, gerade der Begründer des Hatha-Yoga-Systems nach einer Tradition. Mehr zu allen Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de und in zahlreichen Seminaren bei Yoga Vidya. Das ist ja auch eine Art von Hatha-Yoga-Systems nach einer Tradition.